Hallo Dino, hast du Lust mit einer Kaugummimaschine zu spielen und Früchte zu lernen? Großartig, dann fangen wir an. Drück den Knopf an der Maschine. Dino, welche Frucht ist gelb? Zitrone. Dino, welche Frucht ist orange? Orange. Dino, welche Frucht ist rot? Erdbeere. Dino, welche Frucht ist rosa? Himbeere. Himbeere. Dino, welche Frucht ist grün? Birne. Dino, welche Frucht ist lila? Traube. Dino, wir haben heute so viele Früchte gelernt, sollen wir sie wiederholen? Zitrone. Orange. Erdbeere. Himbeere. Birne. Traube. Bis bald, Freunde, wir sehen uns. Hallo Dino, wie geht es dir? Dino, hast du Lust, Glücksrad zu spielen und Früchte zu lernen? Toll, dann fangen wir an. Drück auf den Knopf vor dir und schau, was passiert. Apfel. 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 Erdbeere. 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 BANABA. Orange Ananas Wassermelone Wuh 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 Ananas, Wassermelone und Birne. Bis bald, Freunde. Hallo, Dino. Hallo, Marc. Dino, hast du Lust, mit uns Formen zu lernen? Wunderbar. Auf geht's. Dino, schau dort vor dir auf den Schienen. Was ist das für eine Form? Ein Dreieck. Gut gemacht, Dino. Weiter geht's. Oh, Dino, da ist eine neue Form auf unserem Weg. Kannst du uns sagen, wie sie heißt? Bravo, Dino. Das ist ein Rechteck. Super! Und weiter geht's. Oh, Dino, schau, da ist eine weitere Form auf unserem Weg. Kannst du uns sagen, wie sie heißt? Du hast recht, es ist ein Kreis. Und weiter geht's. Oh, da ist eine weitere Form auf dem Weg. Dino, weißt du, was für eine Form das ist? Das ist ein... Dino, da ist eine Form auf dem Weg. Und wieder eine neue Form auf dem Weg. Was ist das für eine Form, Dino? Bravo, Dino. Das ist eine Raute. Super! Und wieder eine neue Form. Dino, da ist eine kleine Form auf dem Weg. Dino, was ist das für eine Form dort? Kannst du uns sagen, wie sie heißt? Du hast recht, Dino. Das ist ein Stern. Weiter geht's. Und hier kommt die letzte Form. Dino, kannst du uns sagen, was das für eine Form ist? Bravo, Dino. Das ist ein Oval. Super! Gut gemacht, Dino. Wir haben heute so viele Formen gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Auf geht's. Dreieck, Rechteck, Kreis, Viereck, Raute, Stern und Oval. Gut gemacht, Freunde. Ich glaube, Marc braucht jetzt eine Pause. Wir sehen uns. Abonniere.